Hallo alle zusammen, wir machen jetzt so Käse Thaler oder Käse Nuggets, ihr könnt es benennen wie ihr wollt. Einen Schritt habe ich schon vorbereitet und zwar, dass ich einfach ein Ei getrennt habe und das Eiweiß schon mal aufgeschlagen habe, weil ich denke, selbst wenn man dabei zuguckt, kann man da nur den Fehler einfach auch machen, dass wenn man das Ei trennt, darf halt einfach nichts vom Eigelb im Eiweiß sein, sonst lässt es sich nicht aufschlagen, ansonsten einfach das Ei gut trennen und Eiweiß aufschlagen, dann hat man die Geschichte. Dann haben wir hier drin das Eigelb, dann zwei Esslöffel Mehl, etwas Salz, nur mit dem Salz halt nicht, also ein bisschen aufpassen, weil der Käse ja auch, je nachdem welchen ihr nehmt, auch salzig ist und ich habe jetzt einfach noch ein bisschen Petersilie dazu gegeben, kann man machen, muss man aber nicht, das müssen wir jetzt erstmal verrühren, dann kommt noch Eiweiß dazu, also unser aufgeschlagenes und dann wird es wahrscheinlich sehr, also was heißt sehr, aber klebrig sein und dann müssen wir einfach dann zum Formen einfach uns etwas kaltes Wasser nehmen für die Hände, genau und ich habe jetzt hier noch mein Rührteil vom Eiweiß und damit verrühren wir jetzt erstmal die Zutaten. Ich habe jetzt übrigens eine Mischung zwischen Emmentaler und Gouda Mittelalter, aber ihr könnt ja natürlich nehmen, was ihr da habt, was ihr gerne mögt und genau das verrühren wir jetzt erstmal. So, dann kommt unser Eiweiß jetzt dazu und dann werden wir das alles gut miteinander vermengen. So, jetzt gibt es die Möglichkeit, dass ihr entweder das Ganze im Paniermehl wälzt oder im Mehl. Ich habe mich jetzt einfach für Paniermehl entschieden, aber ihr könnt es auch gerne in Mehl wälzen. Ich befeuchte jetzt im kalten Wasser meine Hände, damit ich mir hier so Kügelchen formen kann. Drücke das schon ein bisschen zusammen, damit es eine gewisse Bindung hat. Und dann einfach, je nachdem was ihr nehmt, Paniermehl oder im Mehl wälzen. So, das machen wir jetzt, bis wir alle haben. So, das Fett ist heiß, ich zeige es euch mal. Ich habe jetzt hier einen Holzspieß und es kommen, äh, oder ein Holzlöffel oder Holzgedöns, wie auch immer. Es kommen Blubberbläschen, das heißt, wir sind ready. Fangen wir mal mit unserem ersten Käsebällchen an. Ich habe jetzt nebendran bei mir, ähm, schon ein Küchenpapier hingelegt, dass ich das dann da gleich drauflegen kann. Da ich ein bisschen, äh, nicht zu viel Öl nehmen will, ähm, oder wollte, muss ich das jetzt ein bisschen in Bewegung halten, ähm, ähm, dass es sich nicht am Boden absetzt. Aber ehrlich gesagt, hätte ich auch nicht mehr Öl da gehabt. Aber trotzdem ist es ja auch gut, nicht mit zu viel Öl zu arbeiten. Muss man ja auch dann wieder entsorgen. Und dann lassen wir das einfach braun werden. Und dann abtropfen. Und bei dem Rezept ist halt sozusagen das Gute auch, dass man nicht, ähm, so eine richtige Teigmenge hat. Also sozusagen, da soll ja eigentlich nur der Käse ein bisschen schmelzen drin. Und von daher kann man da jetzt auch nicht so viel falsch machen. Also ich will damit sagen, wenn man jetzt auch kein, ähm, wie heißt es, ich wollte schon sagen, Fieberthermometer, wenn man kein Thermometer hat, kriegt man das trotzdem gut hin. Bei anderen Sachen ist es manchmal, gebe ich zu, ein bisschen schwieriger, dass der Teig dann innen auch richtig durch ist. Aber hier ist ja fast nur Käse drin. Und ja. Dann gucke ich einfach nur von außen, dass da eine schöne Bräune ist. Und dann sollte das passen. So, das sind jetzt unsere Käse-Nuggets, oder wie ihr auch immer sie nennen wollt. Ich habe jetzt hier einfach so eine, ähm, süß-saure Soße. Das kennt man ja von Fastfood-Ketten bei so Nuggets, dass man da immer eine jeweilige Soße hat, die man halt mag. Können natürlich auch jegliche andere Soße nehmen. Und so sieht das Ganze von innen aus. Probiert habe ich noch nicht. Das machen wir jetzt zusammen. Oh mein Gott. Könnte ich mich gerade reinlegen. Oh, 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 oh. Schmeckt mega. Schmeckt mega lecker. Und wie gesagt, habt keine Angst vorm Frittieren. Bei diesem Rezept, weil es muss nicht mehr gemacht werden, dass der Käse schmilzt. Also da muss man wirklich keine Angst haben. Das heißt, das Öl soll einfach heiß sein. Und, ähm, dann, ähm, geht es ratzfatz und es schmeckt traumhaft. Und wenn ich traumhaft sage, dann meine ich traumhaft. Also bitte macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.